Ja, das heißt, mir Ryzen tatsächlich mal wieder abgeschmiert. Und das heißt, wir dürfen den ganzen Spaß in den letzten Mal mehr. Schön, oder? Ich mach keine Probleme mehr. Mir ist jetzt Fleisch gegeben. Ja, gut. Boah, wie slackt, ey. Ich hab noch mal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt. Aber es scheint nicht besser zu sein. Hier, das Blümchen hätte ich gerne noch. Komm her, du scheiß Gnom. Schade halt nur um den Werkzeugbeutel. Ich weiß zwar nicht, wie der gut ist, aber... Meine Axt, die ist schon geil. Und... Ich weiß nicht, scheiße... Oh... Keiner gewinnt gegen mich. Ausrotten muss man die... Läufer. Scheiße. Da hinten. Super. Ich steh halt mal hinten dran und fress nur rum. Feuer. Nein, nicht Lorenzo. Feuer. Ich brate halt ne Runde. Ich brate halt ne Runde. Na gut, kam wieder ein Werkzeugbeutel. Ey, die sind fast tot. Oh Gott. Also ich brauche echt Rüstung. Ah, ich könnte mir jetzt die Arbeiterrüstung holen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die ist erledigt. An dir hat sich das Vieh ganz gehörig verschluckt. Oh Gott. Du, ich glaube das ist sinnvoll. Ich werde mir mal die Ausdruck kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, aber ich meine, hallo? Ja, nichts mehr zum Heilen. Na gut, komm. Kack drauf. Nein, kann nicht drauf. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich mir jetzt diese scheiß Arbeiterkleidung kaufen soll. Na ja, komm, ich mach's anders. Wird schon ein bisschen was bringen. Boah, scheiß, ich seh gar nichts mehr hier, Alter. Es ist so kacke dunkel. Ich renne hier mit meiner ganzen Armee hier durch die Gegend. Ich renne hier echt klasse. Ich renne hier echt klasse. Äh. Oh. Man, hier die Hühnchen einfach so töten. Das muss es doch einfach sein. Okay. Vielleicht darf man das nicht. Aber jetzt hab ich wieder ein Hühnchen Fleisch mehr. So, das brate ich gleich mal noch. Danke. 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 So, wie viel Rüstung hat die jetzt? 10, 10, 10. Na gut. Besser als nichts. So, dann gehen wir noch mal zu unserem Zauberwodka da hinten. Das ist Rachels Hütte da oben. Aber jetzt hab ich wenigstens ne Rüstung. Das heißt, das kann mir nicht mehr jeder so gleich in die Fresse holen. Ich bin echt verdammt scheiße, dass das Haus gar nicht mehr mit uns handelt. So, der hätte bestimmt noch den ein oder anderen Heiliger, den wir uns kaufen können. So, dann gehen wir jetzt mal pennen. Die anderen lassen wir uns unten stehen. Okay. So. Na ja, es ist ein bisschen heller. So, dann. Haus gar nicht mehr mit uns. Schorke. Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja, hab ich. Monsterkill. Bier. Hat sogar niemand was dagegen, dass ich das klau. Super. Kommen dir auch alle schön, ja. immer. Immer muss ich mal wieder mal ein scheiß Rollo runter machen, weil ich sonst absolut gar nicht sehe. so. Dann laufen. Boah, Alter. Das war jetzt grad die Bühne zur Framerate Info. Von, äh, 40 auf 1. So. Jetzt grade spiel ich mit 40. So, warte mal. Ich muss noch mal ein bisschen mich hier anders hinsetzen. So, jetzt ist perfekt. So, jetzt ist perfekt. Geschicklichkeit 1. Hey, das ist alles. Na ja, gut. Der hier. Der hier noch. Und das da. Also, bisschen was haben wir. Hallo. 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 Auf zu laufen. Danke. Och, was ist denn jetzt wieder mit meiner Tastatur los? Mensch. Muss meine Tastatur neu starten. Un, öff, ne, öff, un. Besser? Ja. Leer ist sie nicht, also ich versteh nicht, woran es liegt. So. Ne, die hatten wir ja kalt gemacht. Wollen wir uns die Kiste schon holen? Ne, ich glaub nicht. Was liegt hier? Lüppel. Nein. Genau. Einen Apfel. Den können wir uns jetzt auch gleich noch reinziehen. Äh, nicht reinziehen, sondern hier draufziehen. So. Da hinten auf diese Blume verzichte ich mal. Was ist denn zum Beispiel mit den scheiß Wölfen zu tun? Das wollen wir ja nicht. Wer ist mit den Wildschweinen? Die geben bestimmt Fleisch. Komm her. Ja, du sollst herkommen. Pass auf jetzt. Klingst. Der wird nicht viel Schaden. Ne, okay. Ich glaub das ist ein paar Sinn, aber jetzt schon. Ich glaub das ist ein paar Sinn, aber jetzt schon. Aber es ist doch stärker. Wie ist das denn eigentlich die Klinge? Die Viecher werden es nie lernen. Das Viecher steht nicht mehr auf. Ja, weil Fleisch. Das müssen wir halt nur noch braten und dann... Ah, da ist noch einer. Dadurch, dass ich mit der Axt so langsam bin, macht das halt ein bisschen Schaden. Wir gehen nochmal zum Feuer zurück, braten das Zeug und dann geht's weiter. Ich weiß, das ist ein bisschen im Kreis gelatsche, aber dadurch, dass wir so wenig zu fressen haben, will ich nicht unbedingt dann immer so... Ja, ihr wisst schon. Hm, riecht schon mal nicht schlecht. So, haben wir ja angelegt, genau. Den können wir mal essen. Dann müssen wir auch mal... ...das Ding... ...das Ding... ...das Ding... ...nochmal das Ding... ...da haben uns die Keiler grad mal so viel gebracht, dass wir uns, äh... ...wieder heilen können. Ist ja, ist ja geil. So, woher ist das jetzt Süd-Osten? Nein, das ist eigentlich Süd-Westen. Egal. Da vorne sind auf jeden Fall Weiße. Hm. Immer so abschlacken. Immer so abschlacken. Und hier war noch vorhin noch Wölfe, oder? Wen haben wir denn da? Ja, uns haben wir da. ...siege! Tja... Oh, scheiße, so stark. Mann, Mann! Mann! Mann, er mich jetzt nicht speichern soll! Wann ist denn das? Um 38, ne, das ist direkt jetzt Wir entschweinen Boah Ist das nicht Robart? In irgendeiner Burg? Vielleicht sehen alle Schmiede so aus Ich hab verpasst'n Anruf Okay, ich werd' hier nochmal speichern Jetzt gerade eben Ups, da werd' ich mal zurückrufen, bis gleich So, ich hab' jetzt schon mal hier gespeichert Auf unserem Spielstand und Now it gives on the fresse Was machst du denn hier draußen? Komm her, Soschkin! Hier, der Wolf den lediglich mal Ja, ich weiß ihn da Oh, komm! Soschkin! Komm! Soschkin! 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 Die 6er ist mir, ach, gut So, hier, Leute Kommt das Zeug hier Oh! Ihr macht das schön Ja! Oh! 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 Wenn du was dagegen hast, sag's nur Damit kannst du sowieso nicht umgehen Ergib dich gesessenesbrecher! Oh! 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 So was soll ich jetzt hier? Wir haben ein Boot, wir haben ein paar Äppel einzelne Ja, von P intentions Scheiss! Mann, mit den tränken! Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! ich erwischte ich noch irgendwann krieg ich die ich habe ja die red 9 wie ihr da eigentlich bist und da habe ich gerade so viel druck auf das geübt dass ich irgendeine hau verschoben habe dann geht doch noch mal auf die andere Seite der stärkste vom zuhauen von der Rüstung her